Ah! 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 So, noch neun Stück übrig. Ah! Ah! Oh! Immer wenn wir einen... Immer wenn wir einen Kanister da reinfüllen... Da kommen immer mehr Zombies. Zum Beispiel... Jetzt kommt keine mehr! Ich fülle... Das Benzin da rein... Da kommt wieder Milch. Warum hat nicht alles genug Gas in dir? Sie kommen! Ich habe es! Stirb, 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 stirb... Alter! Verarsch mich doch gleich! Elf mir mal! Ich kann das hier nicht allein, man! Ach, Alter... Schau hier! Ah... Noch sieben Stück. Hm... Reloading! Take it! Hier sind ja noch zwei... Schade! Schade, dass man hier nicht so treten kann über Dead Island. Da kommt man so treten, da kommt man die Zombies weg schübsen. Schübsen! Hä? Oh! Scheiße! Was wollte ich denn da rein, der das Mini-Pack oder was? Hä? Hä? Almost out of here! Check it out! Irgendwann habe ich keinen Laser für meine Waffe. Was liegt denn hier? Na gar nicht. Und... Toll! Scheiß Junkie da! Ja fuck, das ist ein Punk-Schlechter! Da hinten sind noch zwei. Hier! Du musst das brauchen! Nein! Oh Gott! Ich habe es! Ey, ich könnte hier ein bisschen Hilfe gebrauchen. Und das sind so Opfer, Alter. Wenn ich hier online spielen... Und ich mit so Opfer-Idioten, dann hätte ich schon... Dann würden die mir helfen. Ne, ich würde mir selber was einfüllen! Dann wären wir schon fertig. Aber nein, das sind hier so behinderte Computer-Spieler da. Ich fülle den Generator! Schau! Ich bin aufgeladen! Oh Gott! Du hast es! Ich bin aufgeladen! Ich bin aufgeladen! Ich bin aufgeladen! Come on! Noch zwei Stück. Endlich. Da hinten ist noch eins. Dann suche ich mir da einfach irgendwo noch eins. Du hast mich nicht schreit. Schau! Ich habe ihn! Es kam. Smoker. Da ist noch ein Tank! Schau! Boah, dieser Ex-Tank schlechter. Hä? Du musst mich heilen. Du musst mich heilen. Come on, come on! Oh! Da hinten gibt's noch zwei. Und dann war's das auch endlich. Oh Gott. Wow! Oh! Ey, muss diese Missgeburt jetzt auf mich drauf gehen, ey! Das war ja wieder klar! Ey, das ist klar, Alter! Ach, komm! Da wird's kein Bock mehr! So ein Dreck ist das! Oh mein Gott! Ich geh hier rein! Vor allem sind hier 500 Wichser! Wahrscheinlich war das Absicht. Das ist nicht hier rein, sondern dass ich mir die Mühe machen da hochgehe. Da kommen weniger, Alter! Opfer, Alter! Hey, da liegt eine Chainsaw! Oh, Mann! Moment. Oh, Mann! Ich geh mal hin! Töne, das ist nicht schlimm. Ne! Hä? Meine Aufnahmen ist gerade irgendwie weggegangen, keine Ahnung wieso. Haben wir unser Programm gestartet doch. Keine Ahnung, Alter! Was soll der Scheiß?! Ganz auf einmal komm ich auf meinen Desktop. Naja, ist nicht so schlimm. Ich dachte schon, das Spiel geht gar nicht mehr. Da wär ich richtig ausgerastet. Yeah, get to the car. Oh mein Gott, die sind so dumm, Alter. Komm doch einfach zu der Karre. Oh, endlich fertig. Alice! Alice! Vielleicht sollte er mit uns kommen? So, ich würd sagen, das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!